Moin und Willkommen zur Präsentation eines kleinen Wunders. Ich habe mir eine Facecam zugelegt. Eigentlich wollte ich ja nie, aber nun ist es soweit. Wofür und wie oft ich die in nächster Zeit benutzen werde, weiß ich zwar noch nicht, aber heute kickt die echte Lin mal die Comic-Lin zur Seite und schiebt sich selbst vor die Kamera. Nee Mensch, Lin lass das! Hör auf mich hochzuschieben! Hm, du sollst dich doch vorstellen, und zwar in echt. Da muss erst noch ein Wunder passieren, bis du dich traust, wa? Ach, so ein Quatsch, was erzählst du denn da? Ja, also Lin, so geht das nicht. Du musst nicht so schüchtern sein. Mach einfach, was du dir vorgenommen hast. Mach's einfach. Stell dich jetzt einfach vor. Halt dein Gesicht in die Kamera und dann ist er schon vorbei. I guess I never know the reason why you love me as you do. That's the wonder, the wonder of you. So, Lin, also ich find das ja total schön, dass du hier rumtrellerst. Aber einen Versuch hast du jetzt noch. Nutz den. Du wirst jetzt endlich dein Gesicht in die Kamera halten. Trau dich, du machst das schon. So, meinst du? Na gut. Oh, I guess I never know the reason why you love me as you do. That's the wonder, the wonder of you. Ja, und was ich noch sagen wollte, stay tuned und bleib dabei. Bis dann, tschüss. Mann, war das ne schwere Geburt.